Dieser Ford Transit System steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie, ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Nächste 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 Vielen Dank.